Okay, man kann den nicht anfassen. Jee, aber das ist der Typ, der uns vorhin geholfen hat. Der uns gesagt hat, wo wir hin sollen. Okay, und wohin jetzt? Okay, da geht es scheinbar nicht weiter. Hm, das war merkwürdig. Hä? Okay, also das ist jetzt merkwürdig. Ich habe keine... Wir müssen hier rein, aber was müssen wir hier machen? Der sagt ja nichts. Können wir hier irgendwo hin? Nee, na. Entschuldigung, Tür übersehen. Ich bin doof. Da hat die Hose verloren, ja. Nee, okay, hier ist zappenduster. Batterie? Nein, nein. Okay, dann halt nicht. Okay. 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 Okay, ist gar nichts. Hier war der Troll vorhin. Hier waren... Oder? Waren wir hier vorhin drin? Nee, waren wir nicht. Okay. Okay, der weint, weil scheinbar sein Fernsehprogramm um ist. Ist es an Männchen schon aus? Ach nee, der weint, weil er gar nichts sehen kann. Der hat da sowas komisches um die Augen. Alles klar. Was hier? Nee. Nee, nee, nee. Was andere? Okay. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder. Diese atmosphärischen Störungen. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre. Nur... Nur deutlicher. Was ist denn das? Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Okay. Ja, ist schon... Ist schon spät. Okay. Oh, ich finde es irgendwie total cool mit der Orgel. Ehrlich. Der betet auch. Ich hoffe, der tut uns nichts. Da liegt eine Hose. Hat er eine Hose an? Ja, er hat zumindest irgendwas drüber. Okay, die beten alle. Wasch your hands, please. Ja, bitte aber, ne? Das war ordentlich. Okay. Es ist so ein bisschen, als würde hier drin... So ein... Na, hier herrscht ein richtiger Krieg drin. Die einen, die hier Schutz suchen, bei dem... Was? Äh! Das sieht aber nicht gesund aus. Die einen, die hier total gläubig werden. Die anderen, die einfach nur zu Monstern werden. Aber ich muss sagen, ich fühle mich hier ein bisschen sicherer. Auf der anderen Seite ist es... Hier nie wirklich sicher, ne? Trotzdem fühle ich mich hier ein bisschen sicherer als unten. Weil die hier, die machen nichts. Die beten alle nur. Was ist das? Okay. Okay. Die haben aber alle irgendwie gepackte Taschen, oder? Bei dem anderen war sowas auch unterm Bett. Kreuz. Die werden doch jetzt wohl hier keinen gemeinschaftlichen Selbstmord begehen, oder? Okay. Okay. Der betet an. Oho. Könnte ich da raus? Das ist eine Hose. Ich müsste doch hier raus können, oder nicht? Ja. Ich gucke erst nochmal... Hier auf dem Gang gibt es hier noch irgendwas. Wartet. Von hier sind wir gekommen, oder? Von wo sind wir jetzt nochmal gekommen? Ne, da waren wir schon. Der Raum hier ist auch offen. Okay. Wir müssen in die Richtung. Bei dem ist das Fenster offen. Sehr gut. Da könnten wir vielleicht dann raus. Beten, beten, beten. Keiner hat eine Batterie für mich. Ah, sehr gut. Eine Akte. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Wallrider. Lass es den Apostel meines Hirtens sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze mein Evangelium in mein Fleisch. Das klingt sehr, sehr mittelalterlich. Das klingt sehr, sehr mittelalterlich. Was wollen wir da nochmal lang? Ist da irgendetwas? Eine Batterie oder so? Nein. Schade. Kann ich da hoch? Batterie. Okay. Gut, das heißt, wir müssen tatsächlich raus. War das bei dem? Nee, es war noch ein zweiter. Und in welche Richtung? Ich schätze mal... Nein, was machst du denn? Können wir da lang? Da ist diese blöde Regenrenne. Wieso können wir da nicht lang? Okay. Dann kann man scheinbar nur in die Richtung. Okay. Gott hasst Krankheit. Okay. Wir können also nur in eine Richtung. Zur Kapelle. Gott hasst Geld. Was? The Street? Was? They clean the street. Welche werden wir mit dem War Rider vereint sein? Oh Gott, die machen doch, die machen doch, die beschwören das schon. Oh nee, da ist wieder Naki-Dai. Always provides... äh, was? Ich kann das letztlich nicht lesen. Wir kommen hier nicht an dem hier vorbei. Oder stehen hier auch Naki-Dais? Äh. Ich will da gar nicht hinkucken, gar nicht so nah hinzoomen. Okay. Okay, das ist ziemlich krank. Aber unglaublich gut sieht es aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Da geht's ab, voll die Party. Oh mein Gott. Ohne Mist. Ich finde, das ist so episch gemacht gerade. Also auf eine ziemlich düstere Art und Weise, aber... Ich kann nicht fassen, dass Vater Martin sogar Jesus Christus selbst in der Grausamkeit des Sterbens übertroffen hat. Ich werde ihn bestimmt nicht vermissen. Ein Weg nach draußen. Wenn er die Wahrheit sagt, kenne ich jetzt den Weg. Und ich habe eine Geschichte. Er möchte, dass ich sein Evangelium verbreite. Ich werde es der ganzen Welt verkünden. Lassen die mich auch wieder gehen? Müssen sie ja eigentlich... Ja, okay, gut, die lassen mich gehen. Oh Gott sei Dank. Oh, ich glaube, ich hätte in die andere Richtung gekonnt. Stimmt's? Ja. Was ist hier? Ja. Oh mein Gott. Guck mal so, hey! Muss ich hier runter? Shit, jetzt ist da wieder so ein Viech hinter mir her. Ich weiß gerade nicht, ob ich in die richtige Richtung gegangen bin. Bin ich gerade in die richtige Richtung? Bitte sagt mir, dass ich gerade in die richtige Richtung gelaufen bin. Red Sox-Boston, hi! Willkommen an Bord! Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dabei bist. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das soll sich einfach nur verpissen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Was ist denn der jetzt? Ich weiß echt nicht, wo der Typ ist. Ist der jetzt schon hier drin oder nicht? Geht mir das auf den Keks jetzt? Wir müssen auch nur noch zum Aufzug, wenn ich nur wüsste, wo der ist. Jetzt kommt er aber, glaube ich, hier rein. Okay. Okay. Okay, hast du da rausgegangen? Und in welche Richtung? Ja, ich war vorher bei dem Aufzug, bei der Kirchenparty. Aber das ist da, wo wir vorhin im Treppenhaus waren. Wo das alles angefangen hat. Ach, sagst du, ein iPad auf den Boden zu werfen? Verschränk. Okay. Nein, ich stecke fest. Kack, Stuhl. So, ich muss nur in die richtige Richtung rennen. Das war sie schon mal nicht. Oh, kacke. Ich habe gedacht, ich könnte ihn austricksen. Aufzug, Aufzug, Aufzug. Exit. Da steht Exit, aber da geht es nicht raus. Hilfe. Nein. Wenn ich nur wüsste, wo der Aufzug war. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich lang renne. Ah, ich weiß, wo wir sind. Sehr gut. Hier, von da sind wir gerade gekommen. Shit. Oh, kacke. Oh nein. Nein, nein, nein. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich weiß, wo ich hin muss. Aber jetzt laufe ich wieder in die falsche Richtung. Oh Gott, falsches Zimmer. Auch falsches Zimmer. Nein. Verpiss dich. Ah. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Da, wo der gerade herkommt, da müssten wir eigentlich auch hin. Oh. Nein, nein, nein. Nein, verpiss dich. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich stecke fest. Oh, das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Diesmal schaffen wir es. Diesmal schaffen wir es. Da, wo der ist, da müssten wir eigentlich hin. Nein, 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 nein. Okay, rechts lang. Rechts, 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 rechts. Scheiße, falsche Tür. Nein, warum ist die abgeschlossen? Okay, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich stecke schon wieder fest. Ich stecke schon wieder fest. Ich stecke schon wieder fest. Ich stecke schon wieder. Ich stecke schon wieder. Ich stecke schon wieder. Vielen Dank.